Schönen Tag, liebe deutsche Tennisspieler und liebe deutsche Freund. Ich bin Timo und heute habe ich die dritte Tennisstunde mit Finn aus Deutschland gehabt. Finn war sehr motiviert und hat auch viel Energie gehabt. Ich glaube, Finn hat das Spiel mit mir gefallen. Und im Sommer, ich glaube, Finn kommt nochmal hier und ja, ich warte, Finn. Finn, was du denkst? Also erstmal herzlichen Dank, Timo. Ich fand, diese drei Tennisstunden habe ich sehr genutzt und ich habe es sehr genossen, mit dir zu spielen. Ich habe vorher noch nie Tennis gespielt. Und für die Leute in meinem Alter, ich würde es wirklich empfehlen, auch für andere Alter. Ich würde es wirklich empfehlen, weil der Timo ist ein ganz lieber Tennisprofi, sag ich jetzt mal. Und er hat mir viel beigebracht. Ich habe davor noch nie Tennis gespielt und ich würde es wirklich empfehlen. Dankeschön. Danke, Finn. Wie wartet dich nochmal hier im Dragon? Auf jeden Fall. Ich komme nämlich im Sommer, komme ich wieder und ich werde auf jeden Fall, wenn Timo noch da ist, werde ich auf jeden Fall herkommen und das nochmal machen. Okay. Bye, bye. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.